Ich weiss noch, wie ich 1976 auf der Tau Street spielte in Soweto. Damals war ich zwölf Jahre alt. Ich erinnere mich auch noch, wie ich zum ersten Mal deinen Namen hörte. Ciezi Maschinini. Alle kannten ihn. Aber plötzlich warst du verschwunden. Hattest du dich verabschiedet aus der Geschichte. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? UNTERTITELUNG Die Black Student in South Africa Zietzis richtiger Name war Teboho Rona Donald Maschinini Zietzi bedeutet Ärger und er machte auch gern Ärger. Der System hat so viele Dinge gemacht und so viel Schmerz zu meinen Leuten, dass die Leute nicht mehr interessiert haben, dass es eine equalität, was es für die Oppression ist. Zietzis 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 Ich lernte ihn als jungen Fotografen kennen. Er hatte immer eine Kamera dabei. Ich war Journalist und er versuchte ständig, mich dazu zu bringen, seine Bilder zu verwenden. Wenn du an der Geschichte dran bist, sag's mir. Ich komm mit und mach Fotos. Ein irre kleiner Typ. Zietzis Zietzis